Hallo Freunde, hier ist das Foxy's A Team. Ich bin MacGyver und wir spielen weiter meine Tierklinik. Wer das Video das letzte Mal in Erinnerung hatte, weiß, dass wir so einige Massen schon was hatten hier. Hier haben wir unsere ganzen Ziere, die noch ein bisschen... Ja, das Knisser, was ihr hört, das ist Sametta. Was geschieht für das ganze Futter aus, ne? Guck mal, hier ist der dreckig. Scheiß nicht daran. Oder? Ja. Nicht so rumkacken hier, nicht auf der Dings. Was ist das? Da unten, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und Glücksrad können wir drehen. Wir drehen nochmal. Die Diamanten haben. Nicht schon wieder Geld. Erneut drehen. Einsammeln. Und ein bisschen ein Video gucken. Aber ich will kein Video gucken. Ich habe eben Pech gehabt. So, nächstem Kunden. Wir werden nicht mehr rauskommen. Wir waren nicht mehr. Dann bin ich sicher. Wie ist mir nicht so rumkackt? Aber ich habe gerne gehört. der krank guckt euch mal das kranke an hier da müssen wir ein bisschen dran arbeiten bei dir war das kriegen wir schon hin blut abnehmen hier immer schönes flästerchen drauf wo tut sie jetzt noch viel jetzt bleibt sie erst mal bei uns stationär mal was hast du schon gekriegt jetzt kriegst du noch ein bisschen dosenfisch da wird man schon wieder gehetzt auf das nächste ich bin anzufrieden mit mit dem essen wieso das geht bei dir auch schon ganz nett aus damit gebe ich erst mal weiter an sammeta wo ist das tier wo ist das tier so wie wurde Das ist ein Wölf Rudi, Wölf Allergie-Test Ja, du hast wieder Haut-Test Was ist das vor mit dir? Und jetzt? Schon gesund? Ja Das war glaub ich mal ein Test Einammeln Hä, wir haben wieder jemand gesund Nein, das war... Nein, das ist wieder Und schon bin ich wieder So schnell geht das Jetzt noch mal Glückdorf, ne? So Wir müssen uns ja immer wieder hier drum kümmern Wenn wir ein Tier haben Scheiß nicht da oben So Einmal Leckerli, ne? Und auch, dass du schnell wieder fett bist So Langsam bekommen wir immer Geld rein, ne? Und damit wir eigentlich Platz kriegen Du? Mhm Die sind eigentlich ganz gut aus Du siehst immer ganz nett aus, ne? Ja 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 Die kippt da noch nicht an Er braucht jetzt wieder Futter Wir müssen bald einkaufen gehen Ja Und ehrlich gesagt, bin ich mit dem Essen Riecht gar nicht zufrieden Wieso riecht schon mal von Du bist nicht zufrieden? Mit dem Essen? Ja Wieso? Einmal nur ein Stern Ja Geht doch erstmal nicht anders, oder? Ja Nix ist hier Mal gucken, ob wir ihn freischalten können 40 Diamanten Ne Das wird noch nix mit freischalten Ja Muss ihn erstmal überweisen, ne? Ja Muss ihn erstmal überweisen, ne? 5 Dollar bekommen Und mal die extra Belohnung nimm Ein Video für 3 Diamanten Ja Müssen wir ja mal machen, ne? Spiel das euch vor Ihr könnt es euch vorspielen Ihr habt gehört 20 Sekunden Ich muss immer noch was machen 20 Sekunden Aber wir müssen ja auch ein bisschen mal was kriegen hier am Zoo 2 Animal Park Na, wäre auch mal ein Spiel für euch zu gucken Gebt uns eure Meinung Guck mal Und schon können wir einsammeln Haben wir mal ein bisschen was gekriegt hier So Samantha Deine nächste Aufgabe Gehts gut Gehts gut Gehts gut Dann hört dich immer nicht raus Doch, du glaubst ja, da gehts gut Ja Aber du bist weit weg auch von dem Tablet Kann ich so machen, richtig? Ja So Jetzt müssen wir ja mal gleich mal einkaufen gehen Doch Ja, ich muss mal Okay, dann müssen wir doch manchmal einkaufen Kannst du mal einkaufen? Kannst du mal einkaufen? Ja, das wusste ich Du darfst immer einkaufen Oh, verdammt Wir müssen mal ein bisschen billig einkaufen gehen, ja? Ja Früher haben wir noch Trockenfutter Fisch Was machst du jetzt da? Futter wollte ich da haben Ja Schon wieder viel Geld ausgegeben Ja, gar nicht mehr an Noch 155 Ja, aber schon wieder 50 Dollar Ja, aber schon wieder 50 Dollar Die Tiere sind ja bald schon mal gesund Paar und dann kriegt man ja wohl ein bisschen was zusammen Ja, ich muss mal gucken, ob wir uns doch mal Tiere kaufen können, irgendwie Kananen Du guckst jetzt schon wieder nach Tiere? So 200 Kinder wie 3 Und wer viel 30 Der ist süß Der ist süß Und wer viel 30 Das ist ja auch irgendwie Irgendwie brauchen wir jetzt einfach zu Bären oder so Irgendwie brauchen wir jetzt einfach zu Bären oder so Und ein Panda vielleicht Aber du wirst ja auch Räume haben mein Schatz Oh ja, ein Lama Ach, sie Ach, sie Ein Fuchs, ja, haben wir auch neu Oh, oder das hier Guck mal, wie viel du haben willst Oh, sie Das dauert lange, bis wir das so weit, dass wir das zusammen haben, ne? Also kann man ja noch jemanden ausstellen Ja, aber kostet ja auch schon wieder Diamanten Du kannst ja mal alles machen Ehrlich gesagt Und sagst nur, dass wir jemanden ausstellen können Ja, weiß ich doch Ach, oh nein Schon wieder Und Überweisung Und extra Belohnung Wieder nochmal ein Video angucken, dass wir lange ein bisschen bereit sind Was ist denn das? Was ist denn das? Warte mal Nein, das läuft, aber irgendwie läuft das nicht so wirklich. Was ist das denn jetzt hier? Oh, Tag 1. Wenn wir jeden Tag reingehen, kriegen wir mal ein bisschen Diamanten. Irgendwann kommen wir schon an unser Ding. Also was willst du jetzt zuerst machen? Ausbauen oder mal ein Tier kaufen? Damit wir wissen, wen das behalten. Guck mal, 1,99,50. Besser als 7 Euro. Oh, nur allein wegen solchen Minzen. Was? Da. Siehst du das nicht? So, können wir jetzt in das nächste Tier? Oh, Backe, gar nicht gut. Wollen wir mal gucken. Oh, was ist das? Das sieht nicht so toll aus, ne? Mit ein bisschen Salbe. Ach, ne. Aber das kriegen wir schon hin. So, ein bisschen. Ich kann gar nicht aufgenommen werden. Ein bisschen drum kümmern. Ne. Und damit bist du geheilt. Ich kann, wir können immer drei Dinger gucken, nur wegen dem Video, oder? Ne. Wunderbar. Und das nächste Tier geheilt. Jetzt müssen wir wieder auf das andere Tier hingucken. Oh. Aber jetzt wird's. Ach, Samantha. Alles dreckig. Nein, was ist das? ich glaube der braucht salbe oh Gott ja mach mal sauber jetzt da das ist ja alles fertig machen essen salbe essen das ist immer mit stress verbunden so was ich will nicht mehr so schlecht nach als ich längst gucken können ein bisschen leveln ich glaube dann kriegen wir aber auch noch ja Sampoom und zwar wohl da nochmal Läuse glaube ich oder? ja ich weiß nicht war nicht so gut ne? Schuppen oder sowas kann das sein? ja war nochmal statt die Haarige ja 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 wir brauchen Essen und muss auch machen während die Tiere sind hier neu neuerdings so gefressen ja wir brauchen alle essen ne? die Tiere brauchen wir schnell so die brauchen nicht streicheln wir oder sowas auch mal nicht 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 die haben wir vielleicht noch vor den Flak da ja oder und zum Futter und rausmessen braucht da noch was oh ja oh wir sind ja die Tiere brauchen ja die Tiere brauchen doch aber weiß ja Ja. Oh, ich hab den Kaffee gar nicht weitermachen. Ja, dann ist das so. Ich denke mal, ich hab's geschafft. Ja, aber über Wiesen, ne? Wunderbar. Wieso muss der das Wasser haben? Haben wir denn nicht da für einen Typen? Irgendwo. Ja, aber dann ist ja nichts passiert. Jetzt kann ich den hier nochmal kurz streichen. Guck mal, es passiert nichts mehr mit Wasser. Wieso passiert das nichts mehr? Ja. Ist der eine entlassen worden, oder was? Ja. Da haben wir Diamanten gekriegt, die wir aufgelagert haben. Ja. Ne, die haben wir nicht mehr. Oh, Maus, die kosten auch schon eine gewisse Zeit. Ich kann nicht eine Zeit lang für dich darum kommen, was... Ach, eine Zeit lang, ja. Ne, Maus, das funktioniert so nicht immer. Ja. Die kenne ich immer nur... Die kenne ich immer nur... Ich hab' jetzt mal gebraucht. Da braucht Tabletten. Aha. Haben wir Tabletten? Ja, haben wir. Schon, was er braucht, ne? Warmekur. So. So muss das gehen, so muss das laufen, wuff, hat er gemacht. So was haben wir denn hier jetzt noch, 1 von 3, da gibt es ein paar Diamanten, kauf wir mehr Platz um zusätzliche Patienten, da sind wir alles nicht so leicht, 100 Diamanten machen wir mal, ne, das machen wir mal, ja, ich weiß, wir brauchen ja Diamanten, aber nicht nur Diamanten, naja, der Mann ist immer das Wichtigste. Eure Meinung, wie gefällt euch das Spiel? So, wir kriegen jetzt langsam mal Geld rein, und dann gehe ich jetzt mal gucken bei Angebote, das ist ja nur das, Tiere, Räume, kostet auch irgendwas bei Geld? Schlafplatz, 500 Dollar, hmm, erweitern, ja, für ein Zimmer, das andere ist so erweitern, 50 Diamanten, 40 Diamanten, 40 Diamanten, eine Richtung, 24, 24, alter Schwede, da kannst so viele Diamanten kommen ja niemals ran. Das dauert noch ein bisschen. So, Ebi, machst du nur Dreck, Junge. Und das Mädchen, ein Mädchen, ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen, ein Mädchen, ja. Ja, du bist auch endlich bald weg. Ich kann ja nicht alles, um alles kümmern hier. Ja, ein Mädchen. Ja, ich kann ja schön mal... Klingt das normal, ne? Oh, ein Renkenräume fehlt. du wirst tiere haben wie du mit alles machen wir können auch keine diamanten rein ja leute manchmal hatte ich das schon für nicht machbar das spiel komplett ohne echtes geld auszugeben auch mit den tieren wäre auch zu einfach mit den helfern wäre auch zu einfach ja ich schaue die Wurde ich schaue die Wurde Na, ist da weiter müde? Ein bisschen. Ja, ich hab's hier angehen. Das ist geil. Und zwar auch nicht mehr die straffigen Schuhe, die gelautet. So. Sieht doch schon mal net aus wieder. Du bist dran, ne? Mhm. Ich hab's nen Käfer. Ne Zecke? Ne. Bo-her-li-do. Okay. Bo-her-li-do. 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 Bo-he, das ist eine schnellbehandlung hier hier ist ein Pflaster so, hier im Bett kein Pflaster mehr nein! was denn? da muss ich aufhauen ja, ist so da muss ich wieder gehetzt du hast wieder wieder gehetzt du er denn da ist ja auch da war kein Fisch glaub ich da war auch nicht ein Fisch heute drückst du gestern vorowed ah, schöne blaute Käse-Augen ich bl�chen Bonbon soll ich denn geben? deadline da ist Okay. Schmeckt's? Super. Was ist das eigentlich? Wollte ich an die Brüder Medikamente irgendwie. Braucht er wahrscheinlich? Ich hatte ja nicht mehr Haltwürdig. Das heißt, es wird noch schlechte Sitze. Hä, wie heißt die? Elisabeth. Ich dachte, die heißt Elza. Ja. Kommt mir gerade ein bisschen gleich über die Störung. Weil das ist eben nicht deine Arme zu sagen. Aha, okay. Und. Und. Oh, da wollte ich den Pfand rein. Ja. Ja, wenn ich das nur schon mal sagen kann ich gleich streicheln. Ja, Wildbisschen. So. Ich hab sie jetzt kurz noch trinken. Aber sie gerade gar nicht getrunken hat. Ja, ist so, ne? Das find ich voll komisch. So. Och, wie flach der liegt. Oh, der ist durch, ne? Ja, so. Ja. Wollen wir mal schütteln? Weil er durch ist. Geheilt! Ey, das bringt voll Geld. Ja. Aber das heißt, das bringt mein Geld. 65! Geld kriegen wir rein. Aber das war's dann auch schon, keine Diamanten. Kommt das auch durch, oder? Ja. Geheilt. Geheilt. Er hat den auch Exemp. Er ist aber nicht zufrieden. Aber 90 Minzen. Ja. Oh je, ich glaub ich freut dich, dass er jetzt zu Hause ist. So. So. Ja. Die Katze und der Wolfscher gerade bekommen ist. Oh, die ist auch gleich durch. Muss ich mir noch einmal füttern? Ja, vielleicht nicht. Aber wir brauchen doch noch Futter. Futter. Ja, nicht. Ja. Es gibt zwar ein bisschen mehr Geld. Aber wir brauchen aber Futter. Das ist deiner, oder? so liebe freunde ihr seht wir haben heute schon wieder was geschafft und damit verabschiede ich mich mit mir das video bis zum nächsten mal mit geil war einen schönen tag und bleibt schön feiertag morgen hat es dann wünsche ich euch einen schönen tag und immer daran denken wir sind nicht fix nein wir sind die foxys